Ja, moin Leute. Erstmal Carsten Schäfer an dir. Besten Dank für die Nominierung. Ich hab mich sehr gefreut. Ja, eigentlich geht's so, aber das tut man nicht so alles für einen guten Zweck. Bis weiter, nun will ich den Maxi Herrmann nominieren, den Patrick Knoback und den Kevin Pfaff. Dann Carsten, lass mal juckern. Juhu!